So, wunderschönen Tag. Wir sind jetzt wieder angekommen von unserer fulminanten Reise, haben viel erlebt, viele Leute angesprochen und mal sehen, was Roy zu unseren Erfolgen sagt. Ach naja, war auf jeden Fall ein bisschen streffig, weil wir jetzt schon viel zu tun, aber wir haben uns ganz entspannt gewusst. Ich denke mal, auch ganz gute Sachen eingefangen, so könnt ihr euch das vielleicht selber angucken. Auf jeden Fall werden wir das jetzt mal begutachten, weil wir sind hier auf den Treppen hoch in Headwater, wo ich Köpfe rauche, in der Politikfabrik. Und, ja, wir sind jung und eigentlich ein Zehner, Lukas. Ja, naja, wir sind halt ein bisschen zu spät, aber das geht dann. Das Problem ist, wir haben keine Stärkungmusik gefunden. Ah, leider. Aber wir haben Ansel-Leute genug Ansel-Leute gefunden, die uns wirstige und interessante Antworten gegeben haben. Ja, und dann bis nachher. Oder irgendwann erst mal raus.